Hallo ihr Lieben, willkommen zurück. Heute wieder SQLize, Node.js und Datenbanken, wer hätte gedacht. Okay, also, was ist hier passiert? Ich habe nochmal die Datenbank ein bisschen verbessert, mehr Einträge reingemacht, damit wir mehr Spaß damit haben können, wie ihr hier sehen könnt. Und zwar habe ich einmal Hans und Peter hinzugefügt, die jeweils ID 1 und 2 haben. Geburtstag am 28.02.1900 und am 2.03.1901 und Peter ist Level 100, Hans ist nur Level 1 und Created Ad und Updated Ad sind ja so oder so dabei automatisch. So, was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen es natürlich nicht hier drinnen auslesen, ist klar, sondern in unserem Code. Und zwar am besten nicht hier, sondern in der App.js. Da haben wir ja immer noch dieses nervige alte db.execute. Das ist ja nicht unbedingt das, was wirklich jetzt up to date ist. Deswegen sagen wir hier einfach mal, wir klammern das aus. So, und ihr habt nichts gesehen. In meiner letzten Aufnahme ging nämlich ein bisschen was schief und deswegen muss ich es nochmal neu aufnehmen und habe vergessen, das zurückzuändern. So, was wir jetzt also machen wollen ist, wir wollen hier das Ganze, naja, ausführen. Wir wollen sozusagen uns alle User rausziehen aus der Datenbank. Und das machen wir jetzt nicht mehr über SQLize. SQLize, zum Vergleich mal ganz kurz, SQLize hat einige coole Funktionen. Zum Beispiel können wir hier Fn aufrufen, was Funktionen von SQL sind, die wir im Endeffekt aufrufen können. Wir können auch Balken, wir können After Create, wir können einen Haufen Sachen sagen. Was wir eher umständlich nur sagen können, ist, dass wir alle User haben wollen. Denn das machen wir normalerweise über, naja, User. Dazu ist User da. Und deswegen sagen wir hier, wir wollen nicht nur übrigens das Modul hier vorne, das ist völlig unnötig, muss man nicht mehr schreiben. Wir wollen nicht nur Exports SQLize, sondern wir wollen Exports.sequelize. Sequelize. Ist das jetzt richtig? Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Okay, es war richtig. Und wir haben einen zweiten Export namens User. Das ist unsere User-Klasse, die wir hier oben definiert haben, beziehungsweise genau gesagt hier definiert haben. Und die wollen wir jetzt wiederum importieren. Wir wollen hier jetzt SQLize importieren, aber wir wollen genauso gut auch User importieren. Und hier gehen wir jetzt hierher und sagen, ja, User, mach doch mal bitte ein Find All. So, und hier sagen wir dann auch einfach, Const Users ist gleich. Wir wollen alle finden und wir wollen sie danach dann auch loggen. Das Ganze wird noch nicht funktionieren. Ich zeige euch gleich, warum. All Users zum Beispiel loggen als, wie wollen wir das loggen? Wir wollen JSON, nee, das wollte ich euch eigentlich nachher zeigen, egal. Auf jeden Fall JSON.stringify liefert uns im Endeffekt eine hübsche ausgegebene Version von Users in diesem Fall. So, lasst uns das mal nochmal kurz starten. Wir sehen hier, wir executen das hier und naja, irgendwie ist All Users halt leer. Warum? Na ja, das sehen wir ja schon direkt, wenn wir das jetzt hier ausführen. All Users wird geloggt, bevor unser Users.findall oder User.findall fertig ist. Das heißt, wir führen das zwar aus, aber wir loggen davor schon. Hm, bisschen doof. Was also das Problem ist, ist, dass dieses Findall eigentlich ein Promise ist. Dementsprechend müssen wir das natürlich danach ausführen. Das heißt, wir müssen hier dieses Console Log danach ausführen und ja, der Name sagt es eigentlich auch schon. Mit Promises kann man relativ leicht umgehen, indem man hier einfach ein .then hinten dran hängt. So, und das machen wir mal hier unten drunter und hier müssen wir noch eine Error-Funktion draus machen. Das ist ja einmal eine Funktion, die ausgegeben wird. Braucht nicht mal klammern dafür, es ist eigentlich relativ einfach. So, und das können wir so machen. So, wunderschön. Und jetzt haben wir hier eine Möglichkeit, wie wir diese, ah halt, wir haben sogar einen Parameter, wie wir diese Users nämlich hier ausgeben können. Wenn ich das jetzt nämlich ausführe, dann sehen wir hier, boom, wir haben tatsächlich hier etwas ausgegeben. Nur eben nicht in schön, sondern in hässlich. Und ja, jetzt haben wir es einigermaßen hübsch. So, also, Jason Stringify hat da ein paar tolle Methoden und wir sehen hier einmal haben wir, ähm, den, äh, die ID 1, wir haben den Username Hans, wir haben den Birthday, wir haben das Level und wir haben Created Add und Updated Add. Moment, da stimmt was nicht. Hans hatte nicht Level 100, oder? Peter hatte Level 100, was ist denn hier passiert? Machen wir nochmal. Ähm, das finde ich weird, weil gerade oben drüber stand dann noch. Ah, da ist Hans und Peter. Okay, dann ist irgendwas beim, beim Loggen vielleicht schiefgegangen oder sowas. Ähm, weil ich gerade noch was ändern will oder so. Genau, wir haben einmal den Hans, der ist Level 1 und haben hier auch den Zeitpunkt. Ähm, und dann haben wir hier den Peter, der ist Level 100 und hat auch ein Geburtsdatum und ein paar Zeitpunkte hier. Das heißt, damit können wir tatsächlich arbeiten. Wir kriegen das hier also relativ direkt zurück. Nur eben als Promise. Und das müssen wir natürlich dann auch verarbeiten, dementsprechend hier unten. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel so ein DB Execute machen, dann hatten wir hier auch eine Promise dabei. Und erst mit der Promise konnten wir das Result loggen und erst mit, keine Ahnung, der Promise konnten wir dann auch zum Beispiel hier ein Result.end machen. Sprich, das Ergebnis zurückgeben. Man muss eben warten, bis die Datenbankabfrage fertig ist, um dann erst das Ergebnis zurückzugeben. Aber es ist überhaupt kein Problem, das zu machen. Das machen wir so oder so die ganze Zeit hier. Wir kennen das ja. Wir sagen ja hier schon die ganze Zeit, ja, wir arbeiten eigentlich eh nur über Events und eh nur über Promises. Und das können wir hier immer noch weiter treiben, indem wir hier eben auch mit der Datenbank nur noch mit den Promises arbeiten. Alles also kein Problem. Deswegen sage ich das jetzt nur noch ganz kurz, wie wir eigentlich damit vorgehen, beziehungsweise, ja, zeige euch das nicht so direkt. Das ist eigentlich keine Änderung mehr. So, jetzt ist es natürlich manchmal, sagen wir mal, nicht so relevant, alles zu finden, ja, alle Informationen zu finden. Und deswegen gibt es eben die Möglichkeit hier zu sagen, übrigens, ganz kurz hier noch dazu. Oh, das ist wieder weg, das ist doof. Dankeschön. So, wir haben hier ja wirklich all Users. Das sind hier jetzt wirklich User-Objekte. Das sind Instanzen der Klasse User. Wenn ihr das Ganze mit TypeScript macht, dann sind das auch wirklich die echten Instanzen. Hier in dem Fall ist es jetzt halt alles über JSON-Stringify gemacht worden. Aber Users ist tatsächlich vom, ihr seht es hier oben, vom Typ Array of Users. Also hier oben seht ihr das, wenn ihr da drüber hovert. Das ist quasi eben genau das. Nur ist es halt eine Promise. Da muss man auch mit rechnen. So, jetzt wollen wir vielleicht nicht alles haben. Und ich habe das schon mal hier voreilig. Ne, ich habe es eigentlich richtig gemacht. Jetzt wollen wir hier vielleicht nur manche Attribute haben. Und das können wir eingeben mit Attributes. Attributes und dann hier zum Beispiel eine eckige Klammer, mit der wir angeben, an was wir eigentlich interessiert sind. Ich mache jetzt hier mal den Username rein. Username. Und was haben wir noch? Wir haben noch den, sagen wir das Level. Birthday interessiert mich nicht. Das Level. Ups. Das sind die beiden Dinge, die mich interessieren. Und was jetzt passiert ist, wenn ich das hier abgreife, dann, ach, das ist echt furchtbar mit Notemann. Ähm. Genau. Dann kriege ich eben nur den Username und das Level. Und der Rest bleibt natürlich einfach weg. Ja. Den kriege ich da nicht dazu. Und das ist natürlich auch in manchen Fällen sehr hilfreich. Ähm. Achtet aber darauf, dass ihr hier dann keinen voll ausgefüllten User habt. Ja. Das heißt, wenn ihr hier auf den User zugreift, Birthday wird einfach nicht angegeben sein. Aber wenn ihr explizit sagt, ihr wollt wirklich nur Username und Level, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht auf den Birthday zugreifen wollen. So. Ähm. Jetzt kann ich auch tatsächlich hier meine, ähm, meine ganzen Objekte verwalten natürlich. Und ich kann das machen, was man eben mit SQL immer machen kann. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel hergehen und nicht nur sagen, ich möchte gerne Username und Level haben. Ähm, sondern ich möchte, machen wir das mal hierher, sondern ich möchte noch zudem eine weitere Spalte neu hinzufügen. Sowas wie zum Beispiel SQLize.Funktion. Wir wollen eine Funktion ausführen von SQL tatsächlich. Und diese Funktion könnte zum Beispiel Sum heißen oder sie könnte Count heißen oder was auch immer. Wir machen jetzt mal ein Count in dem Fall und, ähm, wir wollen das Ganze, ähm, auf welcher Spalte ausführen. SQLize.Column. Und hier haben wir quasi jetzt die, äh, ja, die Überlegung, welche Spalte wir eigentlich da benutzen wollen. Ähm. Wir können ja eigentlich alles nehmen, weil die Anzahl ist ja überall dieselbe. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach mal die, ähm, ja, nehmen wir doch einfach mal den Username noch. Wir zählen noch, wie viele Username wir eigentlich haben. Ähm. Und wir nehmen uns das. Und jetzt Achtung, wir müssen das ja noch irgendwie in eine Spalte packen, die einen gewissen Namen hat. Das heißt, wir sagen hier, ey, mach mal bitte SQLize diese Funktion drauf. Und nenn die doch mal bitte folgendermaßen, nämlich Number Usernames oder Amount Usernames, vielleicht eher Amount, ups, Amount Usernames. So. Wenn wir das jetzt hier ausführen, sehen wir erstmal wieder mal nichts, weil Notemann sich völlig überschlägt, beziehungsweise SQL sich völlig überschlägt. Und wir sehen hier, wir haben den User mit, ähm, Hans und Level 1. Und dann haben wir Amount Usernames auf zwei gesetzt. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt wirklich nur eins davon genommen haben. Wir haben quasi so einen, so einen Anfangs-Usernamen genommen. Und dann haben wir gesagt, ey, führ mal bitte Funktionen aus. Das ist ja bei SQL nicht anders. Und so wäre das im Endeffekt dann auch möglich, um eine Funktion in SQL auszuführen. Dazu, wie gesagt, gerne einmal die SQL-Playlist angucken. So, ich glaube, das ist eher so die Standardart und weil so, selbst bei Attributes wäre ich tatsächlich gar nicht mal so geizig. Ihr könnt hier ruhig alle Attributes auf einmal anfragen und euch dann am Ende wirklich schön mit den Usern eindecken. Das heißt, dass ihr wirklich vollständige User-Objekte habt und mit denen könnt ihr dann irgendwas machen. Also da spricht absolut nichts dagegen. Würde ich euch sogar fast empfehlen, da in den meisten Fällen einfach alles abzufragen, weil es stört eigentlich nicht wirklich. So, was ihr aber natürlich häufiger brauchen werdet, ist, dass ihr nicht alle Informationen haben wollt. Und zwar mit Where macht man das ja normalerweise in SQL. Where ist im Endeffekt so eine Art Filter. Das heißt, dort, wo bitte eine ID gesetzt ist, dort, wo bitte irgendwas ist, soll bitte auch nur das aus der Datenbank geholt werden, damit man am besten gar keinen Zugriff auf alle anderen Daten hat. Da würde ich euch empfehlen, relativ streng zu sein. Das heißt, ihr könnt hier tatsächlich mit den Attributen einschränken, was ihr hier an Spalten holt. Und mit Where könnt ihr die Zeilen einschränken. Das heißt, Where Doppelpunkt. Und jetzt könnte ich hier wieder hergehen und alles eintragen, was ihr wollt. Also zum Beispiel, was wollen wir denn überprüfen? Naja, wir wollen zum Beispiel, dass die, ähm, was wollen wir denn? Tja, das ist eine gute Frage. Äh, dass der Username, ähm, Hans ist. Wir wollen nur den Hans haben. Und wir führen das aus und wir sehen hier, tada, wir kriegen nur den Hans. Und diesmal kriegen wir übrigens wirklich nur den Hans, nicht weil es wieder am Rumbacken ist, sondern wir kriegen wirklich einfach nur Hans ausgeliefert, weil nur der Username eben Hans ist. Was wir natürlich auch machen können, ist, wir können, ähm, Überprüfungen, also wir können hier so viele, an, äh, oder so viele Filter einbauen, wie wir wollen. Also hier in dem Fall heißt jetzt, da wo der Username Hans ist, alles andere fällt raus. Das können wir machen, wie wir wollen. Ähm, wir können sogar mehrere kombinieren. Aber das sprengt jetzt für heute ein bisschen den Rahmen, da wollen wir uns dann nächstes Mal ein bisschen draufstürzen. Wir hören uns dann, bis dann, ciao, ciao.